V-O-D Racing Team ist mit 3.000m erst-checkt in meinem 170 m der Contest nimmt seine Lauf über S-Kuss ist heute noch mehr über Diamond Skin und die hat bei V-O-D Racing Martin Meier ist vorne! Der letzte Fälle ist in der Gure. Was ist hier los? Die Städte 5, 6, 4 in der Gure sind mit Meier in der Gure und den Vorsprung er aufgefahren hat. Nur die Süderholzer-Pritzer können nach einer Gure und die Gure sind mit der Startung. Der erste Fälle fährt hier in der anderen Dimension. 4 und der Racing Team Martin Meier. So sind sie immer unterwegs gewesen. Und so sind sie auch nach der Zwangspause wieder unterwegs. Platz 1 4 und der Racing mit einem riesigen Vorsprung. Der 2, die Süderholzer-Pritzer über die Zielger. Aufstehen. Der 3. Platz wird ganz leer. Der Runde ist die Städte. Dann muss man eben schweigen. Und die Städte. Der Runde ist das Runde. Peter Bent mit der Nummer. 770 für die Ehe. Und der mit dem P&D Racing das Team super locker geworden hat. Ein Rheilose-Auftritt. Das war richtig stark. Der Runde in Süderholzer-Pritzer war der einzige, Der andere hat die Geschwindigkeit mitgegen und der Rest im Kleid abgeschlagen unterwegs, beziehungsweise ausgeschnitten. Die 114 Fährstasse hat sich stark nach. John ist dabei. Von dem Malo, Waltaigas, Tomias, da rennt hier das Staffanagel, Nico.